Hey Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich bin immer noch ein bisschen am überlegen, ob ich mir jetzt mal die Sachen durchlese, so ein bisschen, oder halt nicht. Weil auf der anderen Seite, ich habe das ja auch in dem Kommentar geschrieben, wenn das vom Spiel so gewollt wäre, oh, was habe ich denn hier? Safety Cap? Das kenne ich ja noch gar nicht. Wenn das vom Spiel so gewollt wäre, dass man die Informationen im Spiel bekommt, dann werden sie im Spiel enthalten. Und hier kriegen wir einen Magneten. Magneto! Da deswegen hadere ich da momentan so ein bisschen mit mir. Aber mal gucken. Bislang geht es ja noch. Also, kann sein. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal nachgucken. Aber momentan versuche ich es halt noch so ein bisschen aus eigener Kraft. Und das klappt ja bisher eigentlich auch ganz gut. Würde ich mal behaupten. Ja, gut. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Das war jetzt totaler Mist. Oh Mann. Was war das denn? Immerhin gibt es einen Schlüssel für den Blödsinn. Na gut. Eine ist schon mal weg. So muss das auch laufen. Na, komm schon. Wunderbar. Hier kriegen wir leider nichts. Da unten ist schon der Bossraum. Aber rechts können wir nochmal in den Raum gehen. Vielleicht gibt es da ja noch was Nettes. Ja, hallo Vras. Ich muss hier echt ein bisschen aufpassen, dass ich mich da nicht irgendwo in die Ecke drängen lasse. Ich glaube, es wäre ganz nett, wenn ich ihn in die Ecke drängen könnte. Das hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Du läufst mir auch direkt da rein. Ja, das will gerade nicht so. Na, komm. Da hänge ich fest. Oh Mann. Dann mach es schon. Stirb. Jetzt stirb doch endlich. Er hat nichts mehr. Toll, hätte ich einfach nur weiter schießen müssen. Mann, Mann, Mann. Drei Bomben und eine Pille. Speed Down. Ein Traum. Speed Down. Ich freue mich. Total. Hm. Aber das ist hier noch relativ einfach. Da wird wohl der Geheimraum sein. Jawohl. Und was kriegen wir? Einen ollen Automaten, den ich mal sprengen werde. Ich hätte gern ein paar Herzen. Oh, das ist schon wieder so eine Pille. Oh, volle Gesundheit. Perfekt. Und dann noch so ein anderes Herz. Das ist doch schon mal ganz nett. Gut. Ich hatte schon wieder gedacht, das ist hier gleich vorbei, aber jetzt geht es wieder. Duke of Flies, wenn ich richtig liege. Den Namen kann selbst ich mir merken, wenn ich richtig liege. Ist das ein Traum. dieser Kampf ist auch ein bisschen nervig mit den ganzen Fliegen. Das dauert alles ganz schön lange. Weil der spuckt die ja ständig aus. Dann muss man die erst mal alle wieder erledigen. Oh. Komm schon. Das braucht halt alles seine Zeit. Und man sollte die auch alle erledigen. Sonst kriegt man ja ganz schnell ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn man das ein bisschen clever anstellt, dann sollte man den eigentlich schaffen, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Das ist wahrscheinlich bei den anderen Bossen auch so. Aber ich gehe jetzt mal von mir aus. So. Nein. So. Komm schon. Endlich. Geht doch. Und natürlich lässt du dir jetzt Herzen fallen. Natürlich. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Oh. Das ist nett. Damage ab und Range. Das ist doch mal sehr nett. Mit den Herzen können wir hier jetzt gar nichts anfangen. Gut. Dann mal runter. Hier haben Schlüssel. Das passt schon mal super. HP Up ist auch richtig nett. Vor allen Dingen für mich. Ja. Aber ich weiß immer noch nicht so ganz, wie das mit dem Item Raum halt so ist. Ob ich dann wirklich erst, wenn ich einen Schlüssel habe, sofort zum Item Raum gehen soll. um mir das Item dann zu schnappen oder vielleicht erst mal mir den ganzen Level anzuschauen. Weil könnte ja sein, dass ich den Schlüssel noch für irgendwas anderes gebrauchen könnte. Wuh. So, du musst erst mal dran glauben. Dann du. Ihr haltet ja nicht gerade viel aus oder ich mache so viel mehr Damage. Das könnte natürlich auch sein. So, Schlüssel. Perfekt. So, und ihr hier seid auch absolut kein Thema. Solange die nicht zu nah an mich rankommen, ist das alles noch ganz easy hier. So, dann machen wir erst mal die Haufen hier platt. Ah, dieses Spiel. Zum Boss will ich jetzt noch nicht. Ach ja, und ich habe mir jetzt einen Zweitkanal angelegt, aber dazu sei gesagt, da wird erst mal für eine ganze Zeit nichts kommen, wenn überhaupt. Ich sehe den mehr so als Petrischale für Versuche. Gut. Ja. Oder halt generell, dass ich dann irgendwann mal da in 18 Monaten oder so mal was hochlade. Was? Das war blöd. Das war noch blöder, glaube ich. Oh, nein. Das war dumm. Ach, komm schon. Also, gut. Ich hätte den wahrscheinlich auch noch gar nicht erwähnen brauchen, weil das hier wildfremd ist nach wie vor zu 99,999% Verdammt! Das Ding, über das ich mich aufrege. Nein! Vielleicht auch doch. Man weiß es nicht. Ach, komm schon. Ja, von der Grüne darf mich nicht treffen. Also, wenn hier irgendwer hören würde, was ich hier sage, ohne zu sehen, was ich hier mache, würde mich doch, oder der würde mich doch für total verrückt erklären. Da ist eine Bombe. Ist ein bisschen gefährlich. Herzen, Herzen, Herzen. Shop. Neun Münzen. Hm. Hallo, Pride. Ich habe kurz überlegt, was der denn nochmal macht. Wir machen Schaden. Also, das ist schon... Ah, verflickst. Nochmal. Oh, das ist natürlich jetzt blöd mit den Magneten. Das ist ja richtig doof mit den Magneten. Gut, ich werde jetzt doch in den Shop gehen. Was haben wir hier? Bad Gas. Das ist ja super. Anarchist. Cookbook. Ähm. Immerhin gibt es hier ein Herz. Das brauche ich, glaube ich. Und ich hätte jetzt gerne hier noch ein Herz. Oder zumindest einen Geheimraum, in dem es Herzen gibt. So, was ist denn da oben so los? Perfekt. Als ob ich es geahnt hätte. Ja gut. Gut, die Münzen sind jetzt ein bisschen... Ich will jetzt... Ja, doch. In der Situation vielleicht überflüssig. Aber selbst mit zwei Herzen, wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mache, was ich ja nie mache, dann sollte das doch kein Thema sein. Und ich werde mal... Oh ja, ja, genau. Und... Ja, genau. Keine Bombe trifft, aber die Bomben treffen mich. Genau. Das war natürlich... Komm schon. Ja gut. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen... Bisschen tricksen. Oder? Ja, ich mache das jetzt so. Ich lasse mich doch hier nicht von dem Spiel veräppeln. So. Eine Box. Das ist doch schon mal ganz nett. So was. Hier haben wir noch eine Pille. Prince Till the End. Da gibt es wieder Fliegen, Herophant und... Cancer. Ah. Safety Cap. Ich wüsste jetzt nicht, was das macht. Ich nehme mal... Ich nehme mal den Krebs. Gut. So. Dann erst mal hier rein und diese Würmer erledigen. Die sind ja total easy peasy. Ach, das sind... Ach, das sind solche Angriffsfliegen, die dann losfliegen. Was Fliegen nur mal so machen. Und dann verschwinden. Da hätten wir eine goldene Truhe. Die ganz nett aussieht, aber... Da greife ich lieber zum Itemraum. Glaub ich. Ah. Wie konnte die mich treffen? Ich war doch gar nicht so nah dran. Das ist doch alles Kokolores. Isaac sieht auch super aus. Könnte auch von einem anderen Planeten stammen, so wie der aussieht. Wollte gerade was sagen, aber ich muss mich konzentrieren. Gut. Da haben wir einen Schlüssel. Gut. Dann hole ich mir jetzt schon mal die Kiste. Und ich habe noch nicht oft genug gut gesagt. So. Wir sprengen das Ding mal. Dann kommen wir an die Kiste und es gibt... den Teufel. Ich glaube, den nehme ich mit. Das war doch so eine Karte, die Schaden macht. Na ja, auf jeden Fall. Moment. Der Tod killt quasi Bosse auf den unteren Ebenen. Diese Würmer sind... Herz aller Liebst. Wirklich. Und ich... Ja, ich bring mich hier gleich noch um. Nein! Das ist halt voll blöd, wenn ich Speed Down habe und dann komme ich vor den Viechern hier nicht mehr weg. Eine Bombe. Ja, gut. Dann werde ich jetzt hier erstmal reingehen. Und... Eine Bombe. Nee. Nee, machen wir nicht. Aber hier könnte ein Raum sein. Tada! Pilz haben wir. Zehn Münzen. Nee, eine Bombe kaufe ich nicht. Nö, nö. Das... Das lasst mal. Und ich habe hier jetzt schon wieder diese... Oh! 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 Gott sei Dank mache ich ein bisschen mehr Schaden. Mums Pearl. Ah! Glattenie. Mal wieder. Ja, ja. Mach du mal! Das war knapp. Mach das ganz schön oft. Ein Traum. Komm schon. Sollte es doch absolut kein Problem sein. Knapp. Da wäre ich fast reingelaufen. Aber ich habe es gerade noch gesehen. Ja. Geht doch. Und Herzen gibt es. Perfekt. Da unten hätten wir auch noch einen Raum. Da gehe ich jetzt auch erst nochmal rein. Obwohl ich habe da noch so andere Herzen. Ha! Wie schlimm kann das schon sein? Ein Schlüssel? Das ist super. Und hier muss doch irgendwo noch ein Itemraum sein. Und zwar da. Ja. Okay. 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 Damit kann ich arbeiten, wenn ich mal schneller wäre. Määh. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, das war echt eine Glanzleistung. Ich bin begeistert. Das kann man so bestimmt super hören an meiner Stimme, wie begeistert ich bin. Das ist halt super gefährlich. Wenn man sich da so einzergen lässt. Bomben. Ah, der Magnet hat auch seine Nachteile. Da haben wir Dynamite. Kamikaze. Ich glaube, ich werde das hier nehmen. Dynamit ist so ein bisschen risky, wie ich finde. Wir können dir ein bisschen Knete geben. Ich glaube, das werde ich auch machen, oder? Glaub schon. Vielleicht springt ja irgendwas dabei raus. Irgendwas brauchbares. Eine Bombe. Für drei Münzen. Ist okay. Ist okay. Ist nicht der Wahnsinn, aber ist okay. So, ich konnte mich lange genug vorm Boss drücken. Dann werden wir da doch jetzt mal hingehen. Apropos, wenn es interessiert, wen haben wir denn jetzt hier? Oh, dich, mein Freund. Oh, dich, mein Freund. Der Teufel. Wir machen einfach mehr Schaden. So war das doch bestimmt, oder? Ja, das Dusche ist ganz schön blöd. Ich wollte ja eigentlich jetzt was sagen, aber ich muss mich jetzt konzentrieren. Na ja, reden und spielen, das ist immer nicht so cool. Ja, komm. Ja, komm. Das war, das war, das war, oh Gott, war das glücklich. Das ist eigentlich ganz okay. Sogar mal Vorteile, dass ich nicht so schnell unterwegs bin. Verdammt. Das kommt schon. Nein. Ach, ich laufe rein, das hätte noch funktioniert, aber ich habe ja noch den Pilz hier. Hm. Vielleicht könnte ich ja auch mal die Bombe benutzen. Oh. Die explodieren dann gleich noch. Das ist ja praktisch. Oder war das jetzt ein Bug? Ich glaube, das war gewollt, oder? Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich so langsam unterwegs bin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ich muss doch nur den Dingern ausweichen. Ja, 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 komm. Ja, geht doch. Und wir kriegen auch noch Herzen. Super. Und dann noch ein Range-Up. Und dann noch ein Range-Up. Was ich sagen wollte, war, dass ich mir momentan über ein, äh, ja, was heißt Solo-Projekt? Über ein Stories-Spiel, will ich es mal nennen, Gedanken mache. Und zwar hatte ich da so an Dishonored oder vielleicht Mass Effect gedacht. Oder vielleicht auch Tomb Raider. Oh, reden und spielen, reden und spielen. Das ist... Das ist der Wahnsinn. Aber das ist halt noch so ein bisschen... Ich muss die Fliege erledigen. Ich muss die Fliege erledigen. Ich muss die Fliege erledigen. Ich habe schon gesagt, dass ich die Fliege erledigen muss. Und ich kriege gar nix. Das ist ja... Oh, ja, genau. Das ist mit Speed Down der reinste Horror hier. Gut, ich spreng das da mal. Vielleicht habe ich ja mit der Kiste da so ein bisschen Glück. Ein halbes Herz. Okay. Okay, okay. Das ist ja mal totaler Mist. Die sind auch überhaupt nicht schnell oder so. Nein. Ein halbes Herz. Perfekt. Challenge accepted oder so ähnlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mag euch nicht. Na. Komm schon. Wow. Hahaha. Ja. Feuer. Feuer schießt. Auf dich falle ich nicht rein. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keine Bombe. Aber ich habe acht Münzen. Die mir... Oh Gott. Ja, genau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, genau. Ähm, um nochmal auf dieses mögliche Projekt zurückzukommen. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Das ist immer so Mist. Gut, ähm, das geistert mir momentan so ein bisschen im Kopf rum. Ich weiß es aber noch nicht. Die Frage ist auch, ob ich das dann sowas dann bleiben spielen würde oder halt nicht. Was schaut ihr euch denn lieber an? Blind-Projekte oder Leute, die dann schon ein bisschen was erzählen können, was sie da machen? Ich meine so für, für, ja, ich will es jetzt nicht Game Flow nennen, aber so zum Zuschauen ist das vielleicht angenehmer, wenn man schon wirklich jemanden zuschaut, der da auch durchgeht, ohne irgendwie an manchen Stellen einfach drei Stunden hängen zu bleiben. Das ist mal übertrieben zu sagen. Infestation, they grow inside. Mann, wir sind aber mal wieder grün. Wird mich auf jeden Fall interessieren, welche, was ihr da für eine Meinung zu habt. Eine Bombe. Und ich sage, der Raum ist da. Und der Raum ist da. My little unicorn. Das ist ganz nett. Dann bin ich für eine Zeit unverwundbar. Und mach dann auch noch Schaden, wenn ich die... Gegner anbumse. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man halt Projekt bei jemandem schaut, bei dem das Blind ist, dann hat man natürlich noch so die direkte Reaktion von demjenigen, wie das Spiel da gerade verläuft, so von der Story her und so. Das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Dieses Einhorn-Ding ist ja mal jetzt hier... Das taugt ja an der Stelle mal gar nichts bei dem Boss. Uiuiuiuiuiui. Wow, wie hat mich das denn noch getroffen? Ja, der Kampf wird hier noch etwas länger gehen. Sieht auf jeden Fall ganz stark danach aus. Da waren es noch zwei Herzen. Ich werde jetzt mal... Oh Gott. Was war das denn? Ich wollte gerade sagen... Ich werde jetzt mal weniger reden. Wie gut, dass ich das dann sage. Ähm, ja. Oh, wow. Zumindest bei Bossen, glaube ich. Geht auch. Und Münzen, 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 Münzen. Wir haben wieder volle Herzen und können gleich in den nächsten Level gehen. Oder wie heißt das denn hier? Abschnitt. Kellergeschoss. Who knows. Das ist ja blöd. Oh Gott. Diese Fliegen sind gar nicht mal doof. Ein Schlüssel. Oh, Glatte nie mal wieder. Ja, genau. Komm schon. Wow. Du bist eigentlich... Eigentlich total einfach. Man muss nur halt ein bisschen gucken, was du da gerade für ein Gesicht ziehst. Könnte natürlich hier das Einwandteil benutzen, aber ich hebe mir das, glaube ich, für einen richtigen Boss auf. Vorher lasse ich mir von dir noch ein bisschen Lebensenergie abziehen. Wird es ja schließlich spannend machen. Wie in Slay the Spire da mit meinen sieben Trefferpunkten oder einen Trefferpunkt. Verdammt, jetzt kriege ich hier auch noch wieder Herzen. Das geht natürlich nicht. Das geht doch nicht. Da ist ja gleich die Spannung weg. Gut. Ja, das sieht ganz okay so weit aus. Ja, du bist da umzingelt. Ich glaube, wenn da wirklich drei gewesen wären, dann hätte ich schon ein bisschen Probleme bekommen. Aber so ging das nochmal alles gut. Das ist natürlich jetzt... Ah, nicht schon wieder so ein Ding. Nicht schon wieder so ein Ding. Wie spinnen kommen da denn raus? Jetzt mach schon. Nein, 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 nein. Er macht das verdammte Ding kaputt. So, ne Bombe. Das ist ja voll Bombe. Ach ja, aber das ist immer so irritierend. Wenn ich die sehe und die sind da alle in diesem... Ja, in diesem Felsen da drin. Ihr wisst schon. Wo die eigentlich nicht rauskommen, wenn die nicht springen könnten. Dann denke ich zuerst immer, die können da nicht raus, aber dann springen sie da einfach drüber. Ich hoffe, das hat man jetzt einigermaßen verstanden. Uh, das war schon wieder ganz schön Knäppchen. Diese Spinnenweben sind gerade bei den Spinnen hier. Schon ein Problem, würde ich mal behaupten. Jetzt komm schon. Ich habe zwei Bomben. Will ich die für die Kiste? Ich glaube, die nehme ich lieber für den Geheimraum. Der doch bestimmt hier unten ist. Bestimmt. Nicht. Ich habe gerade noch mal kurz geschaut. Moment, ich kriege doch da eine Bombe. Bin ich den Totalbanane mal wieder? Vermutlich ja. Wir können ja mal das so machen. Yay. Da wäre noch ein Herz. Für den Fall der Fälle, da unten ist kein Geheimraum. Okay, jetzt wird es schon ein bisschen interessant. Was haben wir hier? Eine Bombe und ein halbes Herz. Da können wir noch eine Münze mitnehmen. So. Und da ist nichts mehr. Gut. Da ist so ein blaues Felsding. Oh man. Oh Gott. Ich dachte, das hätte nicht gepasst. Erst mal das Ding hier kaputt machen. Ach komm schon. Small Rock. Ich glaube, das macht mehr Schaden. Ja, das ist gerade ein bisschen. Komm schon. Da haben wir noch einen Schlüssel. Mit dem können wir alles hier aufmachen. Mom's Bras. Space to use. Ich glaube, ich nehme lieber hier mein Little Unicorn. Das ist nicht so angsteinflößend. 21 Münzen. Dann können wir auch gleich mal da unten im Shop gucken. Shop gucken, im Shop gucken. Tada. Ein Ankh. Ja. Eigentlich sollte ich mich über den Ankh freuen. Weil hey, mit dem Ankh kann ich es zweimal verkacken. Das ist ja nicht so toll. So. Da haben wir so eine Spitzhacke. Genau. Spitzhacke war das Wort. Ich kaufe einen Schlüssel. Und ich kaufe eine Bombe, weil wir keine Bombe mehr haben. Und wir haben immer noch elf Münzen. Das sollte also locker reichen. Und dann gehen wir mal zum Boss. Hallo. Oh, gleich so ein Schwarzer. Ich nehme hier das Einhorn-Ding als... Das Einhorn-Einhorn. Als Panik-Variante. Um es mal so... Ich kann das jetzt... Verdammt! Ich hatte das benutzt. Gut. Tears up. Yay. Mit den Herzen. Ja, das ist halt... Nö, nicht so doll. Gut. Sieht doch ganz okay aus. Schlüssel sind wichtig, wichtig, wichtig. Richtig wichtig. Bomben sind allerdings auch nicht unwichtig. Von daher... Ihr seid eigentlich gar nicht mal so das Problem, wenn ihr so lahm seid. Und ich meinen normalen Run-Speed hier habe. Dann ist das eigentlich noch ziemlich okay. Da haben wir einen Schlüssel. Das ist schon mal sehr aufmerksam. Nur glaube ich, ich hätte gerne Bombe. Ah, mit dem Schlüssel da, den brauchen wir nicht. Nee. Da würde ich jetzt garantiert keine Bombe für opfern. Das klingt auch so dramatisch. Eine Bombe opfern. Oder eine... Ombepopfern. Gut. Hier gibt es nichts. Das ist blöd. Und ich habe schon wieder gut gesagt. Egal. Ich muss euch eigentlich noch extra darauf aufmerksam machen. Uiuiuiuiuiui. Ihr seid ganz schön... Oh, wow. Das muss ich mir auf jeden Fall merken, dass man da die Türen aufsprengen kann. Mit Bomben. Kann vielleicht sogar mal ganz nützlich sein. Vielleicht sollte ich mir lieber das Einhorn für solche Räume aufheben. Da haben wir Shop. Wäre ich theoretisch auch daran interessiert... Ja, gucken wir mal. Da gibt es einen Schlüssel. Ein ganzes Herz. Und da ist so ein interessanter Stein zum Wegspringen. Aber... Will ich das denn? Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Dann benutze ich halt die Bombe dafür. Und wir kriegen zwei von den Herzen. Schade. Ich hatte darauf spekuliert, dass da vielleicht noch eine Bombe bei rauskommt. Aber nee. Gut. Was haben wir hier? So eine Kiste? Nee. Das ist nicht wert. Jetzt kann ich natürlich hier den verdammten Geheimraum nicht mehr aufmachen. Wenn ich keine Bombe mehr finde. Das ist ja mal überhaupt nicht bombig. Ja, ja. Ist grün zu grün. Ein ganzes Herz. Das lasse ich mal links liegen. Es reicht nicht ganz. Es reicht echt nicht ganz. Das ist natürlich... Komm schon. Gut. Gehen wir mal weiter. Begleiter. Ghost Baby. Wir machen aber schon recht gut Schaden. Also... Ohne Witz. Das ist schon ordentlich. Na komm. Beim Boss da... Da gibt es doch jetzt bestimmt noch einen Schlüssel. Wahrscheinlich nicht. Aber ich werde wohl hoffen dürfen. Die Münzen kommen wir nicht dran. Weil wir eben keine Bomben mehr haben. Diesmal ist es jetzt umgekehrt. Ich habe noch zwei Schlüssel, aber keine Bomben mehr. So. Kollege Tumanchu. Was machst du denn hier? Oh ja. Du bist auch der richtige Kandidat für das Space Item. Würde ich mal behaupten. Ich benutze das jetzt ja einfach nicht. Was soll's. Na komm schon. Hat sogar gereicht. Muss man halt immer treffen. Miet. Damage plus HP ab. Yay. Das halbe Herz sack ich mal ein. Was haben wir hier? Schon wieder so komisches Zeug. Nee. Nee. Ich will diese Katzen Items nicht. Nee. Das kann ich vielleicht mal machen, wenn ich irgendwann besser in dem Spiel bin. Aber so. Nee. Nee, nee. Das nimmt nur wieder ein böses Ende. Dafür mache ich einfach noch zu viele Fehler. Ja. So. Es gibt eine Menge Sachen, die mir nicht passieren müssten. Die ich auch wunderbar hätte, den ich wunderbar hätte aus dem Weg gehen können. Oder mich einfach nicht treffen lassen. Du willst mich doch hier wieder trollen. Diese ganzen Bomben. Ich nehme uns hier den Schlüssel. Kriegen wir hier irgendwas? Ich könnte noch so ein Herz kaufen. Oder eine Pille. Ich glaube, ich nehme mal eine Pille. Lockdown. Ja. Gut. Wie war das nochmal? Pillen sind blöd. Muss mich aber auch immer selbst sabotieren. Ich kann nicht ohne Pillen. Ich habe das ja schon mal gesagt. Oh, ihr seid ein bisschen blöd, aber ihr haltet nichts aus. Oder ich mache so viel Schaden. Da haben wir eine Bombe. Das ist doch mal... Und die werde ich auch zu benutzen wissen. Und zwar... Na, komm schon. Wir benutzen die jetzt hier. Komm da nicht rüber! Nein! Ich habe die Dinger erst gesehen, als es zu spät war, diese gleichen Farbtöne. Das ist doch... Oh Gott! Ja, das war jetzt schon wieder so eine Aktion. Die gibt es nur bei mir. Da habe ich ein Patent drauf. Oh Mann! Oh Mann! Aber ich mache Schaden. Von daher... Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie kompensieren. Ich kriege bestimmt doch noch eine Bombe. Ja, aber sowas von... Verdammt! Das mit den Fliegen ist jetzt hier gerade echt nett. Da haben wir noch eine Bombe. Dann gehe ich nämlich schon mal runter. Bevor ich das noch vergesse. Und hol mir jetzt die anderen Bomben. Haha! Das war doch alles geplant! Natürlich! Nicht! So! Jetzt haben wir auch wieder Bomben. Haben immer noch einen Schlüssel. Perfekt! Münzen könnten... Was die Münzen angeht, könnten es ruhig mal wieder ein paar mehr sein. Aber gut, da kann man halt dran arbeiten. Muss nur welche finden. Hallo! Meine... Ah, nee, nee. Ich hätte gerne... Ich verliere schon wieder diese... Spezialherzen! Oh Mann! Oh Mann! Das ist ja mal... Oh, ich hasse euch! Ich komme mit diesen einfach nicht klar! Das ist so irritierend, dass die dann auch noch zurückfliegen. Das geht mal gar nicht! Geht das nicht! Aua! Zumindest sterbe ich diesmal nicht daran. So! Es gab zumindest eine Münze. Und hier haben wir wieder ein paar Spinni-Spinnis. Ist mir relativ Latte, weil da liegt noch ein Herz rum. Oder zumindest ein halbes. Aber von der Bombe muss ich mich ja nicht treffen lassen. Gut! Ihr seid auch ganz doof! Und jetzt bin ich in die olle Spinne reingelaufen. Okay, das bedeutet jetzt also für mich, ich sammle da schon mal das Herz ein. Den Boss lasse ich erstmal links liegen. Ansonsten... Ich... Ja... Hier könnte was sein. Und da ist auch was. Wusste ich! Natürlich wusste ich das! Aber sowas von! Das gab zumindest ein bisschen Energie, Lebensenergie. Dann mal eben noch das Herz einsacken. Wobei, ich habe jetzt so viele Fliegen um mich rumfliegen. Ich könnte ja damit eigentlich auch zum Boss gehen. Bevor ich die jetzt hier alle super pride... Das klingt irgendwie... Oh Gott! Nach Optimus Prime! Aber du kannst mal gar nichts, Junge! Du kannst gar nichts, außer komische Bomben! Zwei Schlüssel! Tour of Hearts! Ja! Das war so ziemlich selbsterklärend! Was ich hier alles mit mir rumschleppe... Das ist schon cool! Definitiv! So! Was gibt es denn hier noch Schönes? Ah, das war nicht so clever! Ich hätte vielleicht erst... Ich hätte mich vielleicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, komm schon! Wunderbar! Dann gucken wir mal, was gibt es denn hier Schönes? Book of Shadows! Ich nehme lieber mein little Unicorn! Ja, das ist so toll! So, dann hätten wir hier soweit alles! Sieht auch ganz gut aus! Genug Bomben, genug Schlüssel! Ein paar Münzen finden wir mit Sicherheit noch! Also Münzen sind eher selten das Problem bisher gewesen! Problem war bisher immer, dass ich halt keinen Schlüssel hatte, um die auszugeben! So! Was ist denn mit euch hier los? Für Unicorn ist das jetzt hier nicht so toll! Unicorn ist auf jeden Fall ein super Panic Button! Ihr seid jetzt nicht so das Problem! Sieht noch ganz okay aus! Ich bleib einfach hier und werd dann einfach immer so ausweichen! Das ist doch noch ganz in Ordnung! Yay! Das war ja mal absolut gar kein Problem! Speed up! Speed up! Gut! Ich könnte natürlich noch in den Aua-Aua-Raum da gehen! Aber ich bekomme hier nur ein halbes Herz und da muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen! Macht ihr das? Lohnt sich das? Ich weiß nicht! So jetzt für ein Let's Play! Wenn ich das für mich spielen würde, würde ich das vielleicht machen! Aber das ist doch schon ganz schön langweilig, oder nicht? So! Bevor du danach wächst! Oh Gott! Da ist ein Herz! Das ist okay! Das ist okay! Damit kann ich... Ja gut! Du musst als erstes dran glauben! Dann habe ich hier zumindest auf der Seite schon mal ein bisschen Platz! Oh! Die Fliege wäre gefährlich gewesen! Hätte ich die nicht sofort kaputt gemacht! Ich sag ja! Mit dem Damage hier ist das alles viel einfacher! Bam! Du bist Aua erledigt! Was gibt es denn hier jetzt? So eine Kiste! Oh! Da würde ich das sogar machen! Ja komm! Das machen wir mal! Wir haben hier Herzen! Okay! Ihr Verdammten! Blagegeister! Ich habe ein neues Wort erfunden! So! Ihr springt mal wieder schön durch die Gegend! Kopflos durch die Gegend springen! Das kommt mir bekannt vor! Ah! Euch mag ich nicht! Ihr seid blöd! Euch kann ich so nicht wehtun! Ich könnte eine Bombe benutzen! Aber will ich das? Ich meine ihr seid ja... Oh Gott! Ganz okay wollte ich gerade sagen! Die Schüsse sind einfach zu langsam! Es dauert ja ewig und drei Tage bis hier was passiert! Darf ich dich einmal... Oh Gott! War das so knapp! Gut! Das ist interessant! Wenn das nur einer wäre! Oder zwei! Von mir aus! Aber so viele... Bisher schlage ich mich aber noch recht wacker! Wollte ich sagen! Ach Gott! Und... Ich habe voll vorbeigeschossen! Ich habe voll vorbeigeschossen! Ihr seid doch alle... Doof! So... Ja! 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 Nein! Doch! Nicht! Gut! Pille! Was macht die? Hier ist dann! Ach! Verdammt! Ist das Mist! Hier gibt es ein ganzes Herz! Okay! Bombe! Nichts! Nichts Bombe! Gut! Ich gehe dann doch mal erst hier unten rein! Da liegt ja noch ein Herz! Okay! Bombe! Und... Zwei Bomben! Ja! Hat sich gelohnt! Sowas von! Aber da war ja noch das Herz! Von daher war das gerade mal alles halb so wild! Gut! Ich habe ich schon erledigt! Ah! Ich treffe dich nicht! Oh Gott! Das war auch gerade ganz schön knapp! Komm schon! Bombe! Nein! Ich wollte da unten gar nicht rein! Aber... Was ist das denn? Bücherei! Äh! 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 Problem! Das ist das Problem! Blöd! Blöd! Oh ja! Klar! Was denn noch bitte? Itemraum! Das ist das Problem! Das ist das Problem! Ich bin da mit euch! Und was mit euch? Was geht mit euch hier so? Ich gehe mir nicht auf die Nerven! Ja! Ja! Das wird langsam schon wieder so ein bisschen... Wow! Problematisch! Ach! Ach! Na ja! Da war ja schon der Boss! Ach! Verdammt! 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 Wenn der sich aufteilt... So war das doch, ne? Ich glaube so war das! Dann werde ich mal das... Einhorn aktivieren! Ist das Voltron? Oder Power Rangers! Nein! Doch! Du teilst dich doch auf! Genau! Gut! Bleibt ihr mal schön da oben! Volt! Brauche ich gar nicht benutzen! Das sollte schon so gehen! Ja doch! Ihr macht halt nur doppelt! Gut! Dann werde ich es jetzt benutzen! Ich mache an euch... Doch! Ich mache Schaden! Oh ja! Genau! Ganz genau! Dodgen! Dodgen! Gut! Wow! Damage und Speed! Okay! Drei Herzen aber... Nee! Ich will noch nicht weiter! Nee! Ich möchte erstmal da... Hier noch die anderen Räume anschauen! Und hier sowieso das Herz mitnehmen! Und hier aufpassen! Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen mehr Speed hat! Ist das schon alles... Sollte mal ein bisschen mehr aufpassen! Wollte ich sagen! Ah ja! Da du... Ich denke da nicht dran, dass das verdammte Ding auf mich schießt, wenn er Gegner sind! Ah! Ja! Nein! Vielleicht! Vielleicht! Ja doch! Vielleicht nicht! Vielleicht doch! Ja doch! Gut! Eine Pille! Shot Speed Down! Jetzt kriege ich hier nur diese blöden Pillen! Und soviel zum Thema... Ich nehme keine Pillen mehr! Das ist schon so drin, dass ich die automatisch nehme! Das wäre clever, die nicht zu nehmen! So wie im echten Leben auch! Ja! In Isaac lernt man fürs wahre Leben! So! Hier gibt es noch eine Bombe! Kann man mitnehmen! Ja doch! Ich habe auch noch genug Herzen! Ansonsten... Was... Was war hier? Oh ja 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 ja! Genau! Die müssen als erstes dran glauben! Die sind aber auch gar nicht mal so schwer zu erledigen! Die springen ja sowieso immer dahin, wo man ist! Also nicht wo man ist! Sondern wo man ist! So! Greed! Oh ja! Großes Kino! Das war extrem clever! Shot Speed Down ist ja so ein Moax! Das ist ja... Unglaublich! Das war mehr glücklich als sonst was! Aber hey! Ein Herz! Immerhin! Und... Steam Sale! Was? Schon wieder? Gut! Ich würde mal sagen... Ja, nee... Ähm... Hm... 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 Wo könnte denn... Moment... Da habe ich das schon probiert! Ich könnte ja nochmal hier gucken! Uh! Glück gehabt! Münzen ohne Ende! So... Dann... Gehen wir jetzt einfach gleich mal weiter! Die Dinger machen mir irgendwie Angst! Auch wenn da kein Gegner ist! Ganz vorsichtig! Bloß nichts verlieren! Ach, bin ich blöd! Ich muss doch da oben hin! So! Dann jetzt mal weiter! Es läuft momentan echt gut! Aber ich verschrei es mal wieder! Schon wieder! Schon wieder! Oh! Shot Speed Down ist ja so ein... Mist! Kann ich dich... Mach ich dir irgendwie Schaden? Oder... Ja doch! Gut! Jetzt muss das da grad verschwinden! Genau! Dann nehme ich nämlich das halbe Herz damit! Und... Oh! 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 Nein! 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 Das wird mir... Oh Gott! Das wird mir jetzt aber echt zu blöd! Da lege ich noch ne Bombe hin! Los! Beide! Jawoll! Und die treffe ich ja überhaupt nicht mehr! Mit der Schussgeschwindigkeit! Dann muss ich denen das ja schon ins Hirn schieben! So! Oh! 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 Glücklich! Ich habe aber auch ein Schwein! Und da ist noch ein halbes Herz! Und da ist noch ein halbes Herz! Und da ist eine Kiste! Und wir haben so viel Schlüssel! Da haben wir auch noch eine Spielehölle! Und hier gibt es auch noch lauter Zeug! Was ist denn da los? Poison Touch! Shot Speed! Ich brauche Shot Speed Up! Ich brauche echt Shot Speed Up! Und sehe ich hier noch Schwarz! Aber sowas von! Gut! Was haben wir hier Tolles? Ich kann ja mal... Was bist du denn? Hä? Du hast es geil! Okay! Wenn ich laufe und schieße, dann fliegen die Dinger gar nicht mehr vorwärts! Ich habe so viel Speed bekommen! So viel Shot Speed Down! Das ist... Da kann ich ja meine Schüsse überholen! Wir sind hier doch nicht in der Matrix! Äh... Leute! 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 Macht mal... Das ist so mies! Wenn die aufeinander prallen und dann... sich gegeneinander dann wieder abstoßen! Eine Bombe! Da ist ein Schöp! Was gibt es mit einem Schöp? Ein rabattiertes Herz! Ja! Eine Batterie! Okay! Quicker Charge! Ist auf jeden Fall ganz nett da mit dem Einhorn-Teil! Also gibt es wahrscheinlich noch bessere Sachen, aber... So jetzt für den Moment ist das schon ganz nett! Das könnte er doch wohl nicht bestreiten! Oh! Noch mehr Blagegeister! Macht schon! Ja, ja! Noch mehr Blagegeister! Das ist da noch ein Problem, wenn die sich teleportieren! Und die Schussgeschwindigkeit so niedrig ist! Oh! Jetzt versau es nicht! Jetzt versau es nicht! Sondern mach die Dinger hier kalt! Komm schon! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Du fährst da immer nur im Kreis! Oder rollst im Kreis, besser gesagt! Was gibt es denn hier oben Schönes? Oh Gott! Das ist natürlich... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Wow! Das sieht echt gut aus, Leute! Das sieht echt gut aus! Das ist ja... Ich fall vom Glauben ab! So! Bömmbön! Da, zweieinhalb Herzen! Aber ich bin jetzt... Uh! Das war... Ja! Ich kann mich ruhig treffen! Da habe ich jetzt nicht... Oh! Das... Ja! Davon würde ich mich jetzt eigentlich nicht treffen lassen! Ah! Noch mehr... Blage... Geister! Komm schon! Komm schon! Mach schon! Ja! Ja, ja, ja! Oh Gott! Das ist ja ein Traum, was ich hier mache! Diesmal ist es kein Albtraum bisher! Also es geht vorwärts! Könnte er sagen, was er wollt? Gehe ich denn jetzt da schon zum Boss? Will ich denn schon zum Boss? Ich glaube, ich will noch nicht zum Boss! Ich glaube, ich will erst noch mal gucken... Oh Gott! Was ist das denn hier? Das ist ja mal richtig... Richtiger Mist! Ich könnte natürlich auch einfach mal da... Das TNT fast treffen! Wenn die Schüssel denn fliegen würden! Oh Gott! Ja! Okay! Äh... Das halbe Herz will ich auf jeden Fall haben! Ja! Vielleicht hätte ich doch erst zum Boss gehen sollen! Ähm... Aber hier könnte es ja noch irgendwas Nettes geben! Möglichkeit besteht... Oh wow! Komm schon! Komm schon! Ja! Ihr seid super Gegner! Für das, was ich hier habe, seid ihr perfekt! Ja, komm schon! Ja! Ja! Danke! Und ihr seid jetzt auch erledigt! Ein Herz! Jawoll! Ich bin wieder im Spiel! Wo ist der... Der Heimraum? Da ist er nicht! Ah, okay! Ah, ja! Ja, ja, ja! Ihr schon wieder! Ihr schon wieder! Ich... Ja, komm! Ja! Perfekt! Oh, die Bombe war perfekt! Dann haben wir gleich auch noch den Raum gefunden! Ah! War natürlich alles geplant! Nein! Nicht wirklich! Ah! Verdammt! The Devil! Ähm... Ich weiß nicht! Ja! Gut! Wie war das denn nochmal? Ich könnte natürlich jetzt hier... Nee! Nee! Ich bleibe lieber hier bei meinem... kleinen Einhorn! Einhornhörnchen! Gut! Jetzt kann ich mich nicht mehr vor den Boss drücken! Jetzt waren wir überall! Oh! Da ist noch so ein Stein! Da ist noch so ein Stein! Kiste! Okay! Was gibt's? Wirtel! Speed up! So! Jetzt aber hier! Ja! 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 Mach du mal! Das könnte echt... Mit dem Speed up ist das kein Problem! Aber... Tja! Ich lauf wieder überall rein! Autsch! Ein halbes Herz noch! Ein halbes Herz noch! Nein! Ich sterb nicht! Gott! Und ich lauf rein! Hm! Gut! Jetzt kann ich's doch mal verkacken! Ähm... Machen wir das mal! Ja, ja! Isaac! Isaac! Komm! Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich hier am besten gegen... Mom vorgehen soll! Ganz clever wär's glaub ich erstmal so, die Gegner zu erledigen, die hier noch so rumspawn! Aber die zertritt die auch! Ja, ja! Isaac! Genau! Weck mich am Arsch! Oh nein! Ja, da hab ich kurz wieder woanders hingeschaut! Ja, komm! Das war jetzt... Ganz schön... Oh Gott! Ich hab's verschenkt! Ich hab's verschenkt! Ich hab's verschenkt! Ich hab's verschenkt! Ich hab schon... Ich hab noch einen Ankh? Nee, Moment! Das war jetzt der Ankh! Das andere hat mich auch wieder belebt! Aber das war kein Ankh! Das war das andere! Ich muss einfach nur den Dingern hier ausweichen! Dann sollte das gar nicht mal so das... Und mich einfach nicht treffen lassen! Das wär doch mal ne Option! Können natürlich auch mit Bomben probieren! Da irgendwas mit zu treffen ist halt... Schon so ein bisschen schwierig! Ah, ja! Gut! Hm! Okay! Aber ich bin wieder zu Mamm gekommen! Also... Es geht vorwärts! Uh! Das ist doch schon mal super! Muss mir noch irgendwas einfallen lassen! Wie ich mit der... Was da die beste Strategie ist! Ich könnte es ja nachlesen, aber... Ich muss mal gucken! Im Prinzip ausweichen, ausweichen, ausweichen würde ich mal sagen! Und halt auf den Schatten achten, wo sie dann hintritt! Jo! Okay! Das sollte erstmal reichen! Ihr seid eine Stunde beschäftigt! Ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß! Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen! Das war's erstmal wieder von mir und bis bald!